Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Maudado. Bewertet den Part und viel Spaß. Okay, ich habe gerade so eine innere Wut auf dich gesammelt. Okay, okay, okay. Weswegen ich dir jetzt einfach in dein Gesicht einschieß. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Wohin sonst? Äh, nicht ins Gesicht. Warum hast du da so ein Teil über dir? War das jetzt Absicht? Ja, ich hab mich extra runter gestellt. Ah, geil, geil. So einer bist du. Danke, ja, ich bin geweevet. Oh, hier ist es ganz rot. Sind wir in der Hölle gelandet? In der Panzerhölle? Es ist, ach ja, es ist nicht erlaubt auf 100% zu gehen. Machen wir die Regel? Ja. Okay, okay, okay. Also nicht, also schon 100%, aber diesen komischen, oh nein. Oh, Gottes Willen. Ah, nur 40, schade. Und da wüsste ich gerne eure Meinung, Leute. Ich werde jetzt mal oben rechts bei dem i eine Umfrage starten, bei der ihr mal eure Meinung abgeben könnt, was ihr besser findet. Moment, ich, ich erklär das gleich nochmal, dass alle verstehen, worum es geht. Wie, Partie. Miao, mia, mia. Oh, die sind ja süß. Oh. Und zwar, wenn man nach oben zielt, dann vier nach links geht und auf 100 das Ganze stehen hat, dann schießt man bis da. Und wenn man dann nochmal vier nimmt, hat man denselben Abstand von da nach da. Also ist man dann ungefähr hier, wenn man nochmal vier nimmt. Also, soll man das nicht mehr benutzen in den Folgen oder? Doch. Sagt es, Leute. Sagt es mir. Oh, das war gerade ziemlich dumm. Aber egal. Weißt du was? Machst du? Hast du Hunger? Was hast du vor? Hast du ein bisschen Hunger? Ja, ähm. Ja, habe ich. Tatsächlich habe ich heute... Fleisch! Ui. Ich bin doch Vegetarier. Ich bin doch Vegetarier. Ach, du weißt das. Ja, weiß ich auch. Ist mir egal. Ich werfe dir trotzdem Chicken Wings ins Gesicht. Du hattest doch mal einen Kanal, wo du dann gebadet hast, ne? Hatte ich? Ja. Schon wieder komplett vergessen hieß der. Doch gleich. Mauda, du Schleckermaul. Hm. Oh, Trickshot, Mano? Trickshot? Trickshot? Nee. Trickshot? Was für ein Trickshot? Ja, äh, hier oben gegen und dann auch nicht. Trenade? Mini-V... Maa, das... Trickshot? Es springt ja alles... Ja, was denn? Trickshot? Ein Stein ist doof. Bettering Ram ist doof. Hier ist alles doof. Ah, warte mal. Was ist denn, wenn ich so mache? Trickshot? Trickshot. Tunnler! Du hast gar kein Trickshot! Ey, doch! Nein! Was denn... Was war das denn sonst? Was ein verdammter Lügner. Kann ich ja nichts für. Hier, nimm den Blitz. Pau, pau, pau. Wo war das jetzt ein Trickshot? Hä? Äh... Das ist... Erst einmal abgeprallt, dann ein bisschen gerollt und dann hat es sich dreimal getroffen. Ja, das ist echt krass. Ja, wenn das kein Trickshot war, was dann? Was sonst? Treff ich so? Ja klar, triffst du, Manu. Kein Problem für dich. Ja? Ja, ja, ja. Das ist ja nett von dir, dass du das da... Ui! Viel zu weit! Oh nein! Ah doch, du triffst mit einem oder zwei. Oder zwei, nee. Oder keinen. Oh, schade. 15... Was hab ich bekommen? Äh... Keine Rüstung scheinbar. Eine Art Luft. Ist das... Was ist das denn? Die zweite Stufe vom... Ui! Ähm... Vogel! Ach, nur von dem Feuer. Hä? Ich mach einfach mal, ist mir egal. Ach so, zweite Stufe vom Feuer. Ah! Die dreht so 80 Schaden, glaub ich. Oh Gott, nein! Warum kriegst du so viel? Nein! Ach, du warst ja fast tot. Was soll denn das? Ich hatte 80 Rüstung und trotzdem... Du hättest schon allerdings gewonnen, hätte ich keine Rüstung. Oh ja. Habe ich aber nicht. Warum hab ich nicht gewonnen, Manu? Keine Ahnung. Oh oh. Boah! Alles klar! Weißt du was? Komm. Dann mach jetzt immer einen kleinen Spaß, ja? Noch einen Schuss krieg ich. Okay, okay. Jetzt bin ich gespannt. Spaß! Aha, Spaß! Das trifft mich bestimmt nicht. Nee, trifft mich auch nicht. Ja! Boah! Boah, ich dachte schon. Sehr peinlich. Und weiter geht's mit einer Runde Rebound. Oh Gott, ich bin uncool. Du hast eine Rüstung. Was? Ich bin einfach uncool. Du bist ja richtig cool. Nein, ich bin try harder. Da warst du schon immer. Also das schwarze Loch da oben ist aber auch ein bisschen doof. Soll ich ein Baumseeball machen? Machen wir hier auch mit der Regel, dass wir die Riegel nicht benutzen dürfen? Ja. Was soll ich denn machen? Soll ich die Tarantula machen oder ein Baumseeball? Ähm... Weiß ich nicht. Ja, sag schnell. Ich mach ne Carpetbomb. Mach die, spinne. Mach die, spinne. Mach die, spinne. Selber schuld. Was geht dir denn schwarze Loch? Oh, komm bitte. Ui, ui, ui. Wo bist du? Ja genau, was war das denn für ein Anschlag? Ach, das ist Rebound. Ach ja, oh. Ups. Gut, wie wir aufgepasst haben. Wusstest du das auch nicht mehr, oder? Ich hab's instant vergessen wieder. Das gewinnen wir. Schade. Echt schade, muss ich sagen. Oh, getroffen und gekrittet. Deine Uncoolness ist schon fast wieder weg. Ja, das stimmt. Weißt du was? Ich probier mal dich zu treffen. Ja, perfekt. Mach ich jetzt echt? Ja, perfekt. Und dann nachher wieder weinen. Ja, perfekt. Na komm. Lol, lol, ich hab Schaden gemacht. 15 Damage. Oh. Was war das? Ich hab doch nicht hundertprozentig. Nix. War das grade ein Todesgewicht? Ja. Du bist echt uncool. Hab ich doch gesagt. Ja, aber nicht durch die Rüstung. Ja doch, die Rüstung macht das halt echt schon. Oh Gott! Was war das denn? Du hast dich selbst getroffen. Ich kann das raus. Komm ich hin? Komm ich hin? Komm ich hin? Ja. Ach bitte. Oder? Nein. Doch, doch, doch. Ich glaube das trifft. Zieh ein bisschen weiter nach unten. Dann ist die Chance höher, oder? Nee, nee, nee. Wenn ich nach unten ziehe, guck mal, dann geht's ja raus. Dann muss ich schon gerade schießen. Oh, was? Ja, was mach ich jetzt? Vor allem. Was schieß ich da rein? Oh, ich hoffe einfach, dass es nicht mich selbst trifft. Oh Mann! Ich kann ja jetzt doch nichts krasses nehmen. Ah, weißt du was? Komm, töt' ich halt dich. Hä? Oh nein! Es ist nicht reingegangen. Es ist nicht reingegangen. Oh nein! Ja, alles klar. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Oh, alles gut. Wie schade. Ja, nein, dass es nicht reingegangen ist. Oh, lol. Ui. Ui. Hä? Ui. Der hat auch mit seinem Todesgewicht nicht getroffen. Was für zwei Bobs hier sind. Oh, danke. Hey, wie soll ich jetzt hier treffen? Was ist da? 230 Armor, hey. Obwohl ich schon voll war, oder? Hä? Ach, der Zipper ignoriert Rüstung. Tut er? Hier guck. Ach nee, ich hab fünf Rüstungen regeneriert. Ah. Das kann man ja auch mit der Uncool-Skillung. Oh, schade. Komm. Wow. Oh Gott. Was ist das? Oh, ein Roller. Guck mal, ich werd getroffen. Oh. Oh. Genau. Und der... Was? Hä? Das war dann doch ein bisschen krasser als... Los. Ich hab gedacht. Manu. Hey. Du nimmst das Rebounden aber echt ernst. Ja. Ich werde sterben. Arme. Nein. Nein. Jetzt bin ich alleine. Äh. Hallo. Schnackne smile. Schau mal. Das kannst du treffen. Kann ich? Kannst du noch auf den nächsten Berg hoch? Äh. Ja. Dann geh da drauf. Oh ja. Ich hab richtig gute Sachen noch gehabt. Travelers. Du hattest Travelers. Ja klar. Aber ich hatte nie die Möglichkeit zu treffen. Ja genau. Heavy Ringer. Was hattest du denn für Babo Sachen? Ja wie gesagt. Aber ich stand echt immer kacke eben. Warte mal. Dann nehm ich lieber irgendeinen Scheiß und versuch da links das Teil aufzuheben oder? Ja. Treff ich's so? Ui. Ui. Growler. Der wird immer größer umso länger auch rollt. Oh. Umso länger er rollt, umso mehr Schaden macht er. Boah mit Travelers. Ich kann die beide. Ich werd die beide da mit one hitten. Und warum bekommen die so was einfaches? Hä? Pfff. 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 Ha. Ha. Oh. Als ob. Was stimmt denn nicht mit euch? Na ja. Sie haben dir echt viel Schaden gemacht muss man sagen. Travelers. Bitte tönt mich nicht selber. Oh Gott. Was war das denn? Komm. Geht da irgendwie hin. Ja ja ja. Ui. Schade. Das Paket hättest du einsammeln können. Alter. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich nicht tot bin. Komm einmal. Nein. Ach. Ach komm. Ach Manu. Das hätte doch ein bisschen in die Richtung gekommen. Das hätte treffen müssen. Aber vielleicht will das Spiel auch, dass ich jetzt mit den Magneten beende. Ne. Der will, dass du es mit dem Crawler beendest. Mit dem Crawler? Mit dem Crawler. Nein. Ah. Ping. Ping. Na geil. So. Mit dem Crawler Manu. Na klar. Ja mach mit dem Crawler. Dass es hinter dich. Also links gegen. Und dass es dann hinter dir weiter rollt. Aber nicht zu stark, dass es überall hinweg rollt. Und er muss auch ein Stück rollen damit er schaden. Du musst von der Wand aus. Von der Wand aus? Was? Oder? Ja genau. Alles klar. Spiel. Ich kann jetzt nicht verlieren. Die haben sich gerade fast selber getötet. Oh. Oh. Was bekomme ich denn jetzt? Static. Baby Seagal. Double Zipper. Spider. Super Spiker. Na Super Spiker kannst du dich halt auch easy selber töten. Ja wär nice oder? Ja stimmt. Eigentlich wär das nice. Ja komm. Oh oh. Oh oh. Du tötest nur dich selbst. Nein okay. Ich bin tot. Nein. Egal wir wussten es beide. Okay. Dann bewertet den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.